Fragen Sie, ob der Komiker David Williams Megan Markele für ihre umstrittenen Äußerungen kritisiert hat? Der neueste Fokus liegt auf einer unerwarteten Situation, die niemand geringeren als Megan Markele, die Herzögen von Sussex, betrifft. Ihre jüngsten Kommentare scheinen einen Nerv bei dem Komiker David Williams getroffen zu haben und haben Neugier sowie Reflexionen über Promi-Kulturen, persönliche Konflikte und die Macht der Komödie ausgelöst. Um Williams Kritik zu verstehen, müssen wir zunächst den tragischen Hintergrund festlegen. Die Geschichte dreht sich um eine olympische Marathonläuferin, die nur wenige Wochen vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris von ihrem Partner durch einen schrecklichen Benzinangriff verletzt wurde. Dieses schockierende Ereignis hatte nicht nur Auswirkungen auf die Sportwelt, sondern auch darüber hinaus und lenkte die Aufmerksamkeit auf die dunklen Realitäten missbräuchlicher Beziehungen und die realen Gefahren, denen manche Menschen ausgesetzt sind. Während die globale Unterstützung für Opfer häuslicher Gewalt wuchs, wurden Megan Markeles Kommentare zu dem Vorfall von vielen als unsensibel und selbstbezogen angesehen. In einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Beitrag verglich Markele angeblich ihre eigenen Kämpfe mit denen der Marathonläuferin und deutete an, dass ihre Konflikte mit der königlichen Familie eher mehr emotionalen Schmerz bereiteten als das körperliche Leid anderer. Dieser Vergleich schockierte viele und führte zu weit verbreiteter Kritik. Es brachte die Menschen dazu, sich zu fragen, wie jemand einen privaten Familienstreit mit lebensbedrohlichem Trauma gleichsetzen könnte. Obwohl Markele oft Mitgefühl für ihre Darstellung als Opfer, das von der königlichen Familie ausgeschlossen und den Medien ausgesetzt wurde, erfährt, schienen ihre Bemerkungen in diesem Fall unangebracht zu sein. Parallelen zwischen emotionalem Stress und körperlichem Leiden zu ziehen, kann manchmal die schwere körperlichen Schmerzes in den Augen der Öffentlichkeit schmälern. Hier kommt David Williams ins Spiel. Bekannt für seinen scharfen Witz und seine beobachtende Komik, zögerte der Komiker nicht, die Kontroverse anzugehen. Er äußerte sich in den sozialen Medien und bezeichnete Markeles Bemerkungen als toxisch und kritisierte sie dafür, dass sie den Fokus auf ihre persönlichen Probleme lenkte, während sie das Trauma anderer herunterspielte. Williams Antwort fand bei vielen Anklang und bot eine erfrischende Perspektive auf die Situation. Sein Fokus auf Empathie und die Bedeutung des Erkennens, wann die Geschichte eines anderen Vorrang haben sollte, sprach sein Publikum an. Williams Reaktion ist bemerkenswert, nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er Humor einsetzte, um ein ernstes Thema anzusprechen. Die Komödie war schon immer ein Mittel, um emotionales und körperliches Unbehagen zu verarbeiten, und Williams nutzte sie geschickt, um die Widersprüchlichkeiten des Lebens aufzuzeigen. Seine Kritik an Markele war nicht nur amüsant, sondern löste auch eine tiefere Diskussion über Promistatus, Empathie und die ethischen Verantwortungen, die mit Berühmtheit einhergehen, aus. In einer Welt voller Meinungen ist Volumesfähigkeit, Humor mit gesellschaftlichen Kommentaren zu verbinden, ein zunehmend seltenes und effektives Mittel. Über unsere eigenen Fehler, oder die von öffentlichen Figuren, zu lachen, bleibt ein wesentlicher Weg, um komplexe Themen zu navigieren. Sonst, wozu das Ganze? Dieses Ereignis wirft auch ein Licht auf ein größeres Problem innerhalb der Promikultur, die verschwommenen Grenzen zwischen persönlichem Schmerz und öffentlicher Persona, insbesondere bei Prominenten, die bereitwillig ihr Privatleben online teilen. Prominente wie Meghan Markle nutzen Plattformen wie soziale Medien, um offen über psychische Gesundheit und persönliche Kämpfe zu sprechen, ein wichtiges und notwendiges Gespräch. Wenn diese Diskussionen jedoch drängendere Probleme andere Menschen in den Schatten stellen, wirft das ethische Fragen auf. Haben Prominente die Pflicht, den Zeitpunkt und den Kontext ihrer persönlichen Geschichten zu berücksichtigen? Sollten sie sich mehr Gedanken darüber machen, wie ihre Worte ihre Fans und die breitere Öffentlichkeit beeinflussen? Volumes Kritik an Markle deutet darauf hin, dass Prominente tatsächlich eine Verantwortung mit ihrem Ruhm tragen. Mit der Macht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, kommt die Verpflichtung, diesen Einfluss mit Bedacht zu nutzen, insbesondere bei der Diskussion sensibler Themen. Nach Volumes Bemerkungen hat sich das Gespräch auf die Rolle der Empathie in der öffentlichen Debatte verlagert. Es ist leicht, sich in unseren eigenen Geschichten zu verlieren, aber dadurch besteht die Gefahr, diejenigen zu entfremden, die stillschweigend leiden. Markle's Kommentare erinnern uns daran, dass unsere persönlichen Erfahrungen zwar gültig sind, aber nicht das Leid anderer überstrahlen sollten. Soziale Medien verstärken stimmen wir nie zuvor, aber mit dieser Macht geht die Notwendigkeit einher, Vorsicht walten zu lassen, unabhängig vom Status. Achtsamkeit gegenüber der Wirkung unserer Worte auf andere kann einen tiefgreifenden Einfluss haben. Volumes Kritik hat viele dazu inspiriert, darüber nachzudenken, wie sie kommunizieren und sich um mehr Empathie in allen Interaktionen bemühen. Während wir die Komplexitäten der Promikultur, persönliche Kämpfe und effektive Kommunikation navigieren, wird eines klar, Humor ist ein mächtiges Werkzeug, um Verständnis aufzubauen. David Volumes Antwort auf Meghan Markle's Äußerungen mag als Kritik begonnen haben, aber sie hat inzwischen eine breitere Diskussion über Empathie, Verantwortlichkeit und die Rolle von Prominenten in der Gesellschaft ausgelöst. Am Ende des Tages haben wir alle unsere Kämpfe. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Schmerz viele Formen annehmen kann. Wenn wir persönliche Geschichten teilen, sollten wir den Kontext und die Macht der Worte nicht vergessen. Letztendlich arbeitet jeder auf sein eigenes Happy End hin, und manchmal bedeutet das, unsere Erzählungen beiseite zu legen, um anderen zuzuhören.